Hallo Schachfreunde, hier ist der Sascha für euch mit einer neuen Folge von Hashtag Schachlernen, dem Fragenformat hier von meinem Kanal. Und ich wurde gefragt von Philipp Kringer unter dem Hashtag Schachlernen, welche Festungen kommen am häufigsten vor und sollte man kennen? Und das ist eine sehr, sehr gute Frage und von daher habe ich dazu jetzt hier mal ein Video gemacht, in dem ich hier die wichtigsten Festungskonstruktionen zusammenstelle. Bevor wir uns nun die fünf meiner Meinung nach wichtigsten Festungen ganz konkret angucken, müssen wir einmal eine kurze Definition davon machen, nämlich was ist eine Festung? Eine Festung ist eine Konstruktion, eine Barriere, wenn wir an die klassische Burg zum Beispiel denken aus dem Mittelalter, die der Gegner im Prinzip nicht überwinden kann. Das heißt, es basiert weniger auf konkreten Zügen, einfach auf einer festen, soliden Struktur, die der Gegner im Prinzip nicht brechen kann. Und deswegen gehört eine Stellung wie die, die wir aktuell auf dem Brett zum Beispiel sehen, nicht mit dazu. Denn diese Stellung ist zwar Remis, jedoch kann man hier nicht von einer Konstruktion sprechen, die der Gegner hier nicht brechen kann. Denn der Weiße kann hier ja durchaus den Schwarzen König zurücktreiben, indem er hier zum Beispiel einfach mit diesen logischen Zügen weiterspielt. Und so würde der Schwarze König hier halt Stück für Stück zurückgedrängt werden. Und man macht hier durchaus Fortschritte, beziehungsweise es ist halt keine Festung, man hat den Gegner ja nicht aufgehalten. Das Ganze ist am Ende des Tages trotzdem Remis und deswegen wird dieses Beispiel zum Beispiel bei den wichtigsten Remis-Stellungen definitiv mit dabei sein. Jedoch ist dies keine Festung im klassischen Sinne. Ich habe mich daher entschieden, auch noch zwei weitere Videos zu diesem Thema zu machen, da das hier im Prinzip ja die Frage ja auch so ein bisschen darauf abzielt. Und daher werden wir einmal in diesem Video nun machen die fünf meiner Meinung nach wichtigsten Festungen. Dann mache ich noch zusätzlich ein Video über die wichtigsten Remis-Stellungen und über die wichtigen Festungskonstruktionen, wo man einfach nochmal ein bisschen so grundsätzliches lernt über ungleichfarbige Läufer, Springer gegen Läufer, Turm gegen Dame mit ein paar Beispielen. Wobei es da weniger um die konkrete Festung, dann geht es dann einfach um grundsätzliche Ideen. Wie funktioniert eine Festung, was ist gut, was ist schlecht und wie das Ganze dann so sich auswirkt. So, genug der Vorrede. Lasst uns nun anfangen mit meinen persönlichen Top 5 der wichtigsten Festungen. Wir beginnen mit der Nummer 1, sehr naheliegend an dem Beispiel, was wir eben hatten. Jedoch sehen wir auch hier gleich den Unterschied zwischen einer Festung und einer Remis-Stellung. Denn wenn wir aus dem weißen Bauern jetzt hier einen B-Bauern machen würden, statt des A-Bauern, den wir hier nun gerade haben, dann wäre diese Stellung für schwarz verloren, beziehungsweise halt für weiß gewonnen. Und hier ist es aber so, dass es sich bei dem Randbauern tatsächlich um eine Festungskonstruktion handelt. Denn der schwarze König kann hier einfach nicht aus der Ecke vertrieben werden und kann hier einfach auf den Feldern A8 und B8 warten. Muss sich gar nicht dafür interessieren, was weiß hier macht. Und das ist halt das klassische Bild einer Festung, dass man wirklich nur bestimmte Züge macht, eigentlich gar nicht darauf reagiert, was der Gegner hier so macht. Gegebenenfalls halt natürlich was schlägt, wenn es dazu kommt. Aber ansonsten hier einfach abwarten kann. Das interessiert ihn gar nicht. Das ist völlig egal. Wir halten diesen Bauern einfach auf, wenn wir mit dem König immer zwischen A8 und B8 hin und her marschieren. Und er hat keine Möglichkeit. Das Einzige, was er hier machen kann, ist, er kann uns Patz setzen. Aber das war es dann tatsächlich auch schon. Deswegen, das ist hier auf jeden Fall die wichtigste Festung. Ein Motiv, was sehr, sehr häufig vorkommt und was natürlich auch aus diversen Endspielen entstehen kann. Deswegen ist so ein Bauernendspiel oft hier ultimativ. Denn es kann einfach aus diversen anderen Endspielen ja auch entstehen. Und steht gar nicht nur so für sich alleine. Während wir, wenn wir eine Konstruktion nehmen, wie Dame gegen Turm, ist hier wirklich auf der Materialverteilung Dame gegen Turm basiert. Und dieses Endspiel mit einem Bauern gegen den König kann natürlich aus diversen anderen Endspielen auch entstehen. Beispiel Nummer zwei ist da schon ein wenig konkreter. Denn hier kommt es ein bisschen genau darauf an, welche Figuren wo stehen. Hier hat Schwarz einen Bauern auf der siebten Reihe, der von einem weißen Bauern auf der sechsten hier, ein Handbauern, blockiert ist. Und weiß verfügt zusätzlich über einen B-Bauern. Und auch dieses ist eine Festungskonstruktion. Hier gelingt es dem Weißen nicht, Fortschritte zu machen. B5 kann er hier noch machen. Aber nach König A8 gibt es keine weiteren Möglichkeiten mehr. König C7 würde den König immer Patz setzen. Und ansonsten blieb ihm irgendwann nur der Versuch B6. Aber auch das führt dann wieder zur Festung, die wir eben schon gesehen haben. Auch das ist ein Motiv, was durchaus mal vorkommt und was man kennen sollte. Denn es ist zwar sehr, sehr ähnlich zu dem, was wir eben hatten. Jedoch muss man hier, wie gesagt, ein bisschen mehr aufpassen. Beim Randbauen eben war ja im Prinzip alles ganz egal. Hier muss man wirklich aufpassen, dass diese Konstruktion ganz wichtig auf der siebten Reihe stattfindet. Würde man das Ganze eine Reihe weiter vorne schieben. Auf die sechste würde es nicht mehr funktionieren. Denn dann könnte man tatsächlich in Zugzwang gebracht werden, insofern der weiße König hier in der Lage ist, die richtigen Felder zu betreten. Beispiel Nummer 3 natürlich wohlbekannt. Der Randbauer mit dem falschen Läufer. Und auch hier ist wieder nur wichtig, dass die Konstellation stimmt. Der Randbauer mit dem Läufer, der das Umwandlungsfeld zusammen nicht kontrollieren kann. Auch dieser kann hier nicht gewinnen. Und hier ist Schwarz auch wieder alles völlig egal. Er kann hier einfach in der Ecke warten, muss hier gar nicht auf seinen Gegner reagieren. Der Bauer schreitet hier Stück für Stück voran und weiß, hat keine Möglichkeit hier voranzukommen. Wer spitzwindig ist, kann natürlich sagen, ja, aber er kann doch hier den König von den Feldern B8 und A8 zum Beispiel durch dieses Manöver vertreiben. Ja gut, dann geht der König einmal nach A7. Aber ansonsten passiert auch hier weiter nichts. Das ist auch wieder ein Beispiel, was in der Praxis am häufigsten vorkommt. Ich denke, diese Festungskonstruktion habe ich, ich kann jetzt natürlich nicht alle meine Partien durchgucken, aber ich denke, das ist ein Motiv, was mit am häufigsten dieses und das erste in meinen Partien bisher vorgekommen ist. Und denke ich auch, was eines mit der wichtigsten und grundlegendsten ist, die man wirklich kennen sollte. Beispiel Nummer 4 ist auch eine interessante Konstruktion, die wir in meiner letzten Monatsaufgabe gesehen haben. Und zwar ist es auch hier wieder das Bauernpaar A7 und A6, ganz wichtig. Der König muss hier in der Ecke sein, also B8 oder A8 wieder. Und weiß hat in diesem Fall einen Springer, so war es in der Monatsaufgabe. Und auch hier kann der Weiße nicht gewinnen. Und diese Konstruktion mit diesem Bauernpaar auf A7 und A6 ist besonders interessant, denn hier ist es sogar völlig egal, welche Leichtfigur der Weiße hat. Mit einer Leichtfigur alleine kann er hier nicht gewinnen. Egal, ob es der Springer oder einer der beiden Läufer ist, denn er kann uns einfach nicht aus der Ecke vertreiben oder kann da halt im Endeffekt nur Patz setzen. Von daher gibt es auch hier keine Möglichkeit für ihn zu gewinnen. Und unser letztes Beispiel ist nun dran, was zum Beispiel aus einer Stellung wie dieser entstehen könnte. Hier sieht es aus, als würde Weiß locker gewinnen, aber dem ist nicht so. Denn König B6 greift den Bauern an, der kann nur sinnvoll durch A7 gedeckt werden. Und nach König B7 haben wir auch hier eine Festungskonstruktion erreicht. Der König marschiert einfach zwischen A8 und B7 hin und her. Wenn es ihm möglich ist, wird er den A-Bauern schlagen. Und ansonsten kann auch Weiß hier keine Fortschritte machen. Er kann mit seinem König hier zwar Stück für Stück ranlaufen, jedoch bringt ihn auch das nicht weiter, denn dichter geht es nun nicht mehr. Dann würde er immer dem schwarzen König das Feld B7 nehmen und ihn damit Patz setzen. Und ansonsten ist er nicht in der Lage, seinen eigenen Bauern auf A7 zu decken. Daher würde er nur noch bleiben, den Springer irgendwann zu ziehen. Und damit würde natürlich der Bauer verloren gehen. Deswegen ist auch dies hier eine Festungskonstruktion. Auch das ist mir in meinen eigenen Partien schon mal passiert, beziehungsweise war auf jeden Fall Thema in diesen Partien. Und das ist nochmal ein Beispiel, denke ich, was man hier durchaus kennen sollte, was auch nicht allzu kompliziert ist, aber was vielleicht ein bisschen überraschend ist, wenn man es so noch gar nicht gesehen hat, dass man hier denkt, ach ja, ist ja locker gewonnen. Und dann ach so, nee, wenn der Bauer tatsächlich bis auf die siebte Reihe vorgedrungen ist und der schwarze König es schafft, ihn hier so zu blockieren. Also diese Konstellation Bauer A7, Springer B5 und der König dann halt auf A8 oder B7 in diesem Fall ist dann hier auch tatsächlich Remis und hier gibt es keine Möglichkeit mehr zu gewinnen. Ja, das waren die Top 5 meiner Meinung nach wichtigsten Festungen für die Praxis, die man halt entsprechend kennen sollte. Wie gesagt, ich mache nochmal zwei separate Videos. Eins mit den wichtigsten Remis-Stellungen, die man kennen sollte und eins mit den wichtigsten Konzepten von Festungen, die man hier kennen sollte, um das nochmal von diesem Thema etwas wenig abzugrenzen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Schreibt gerne was in die Kommentare. Gerade wenn euch eine Festung vielleicht gefallen hat oder wenn euch eine Festungskonstruktion hier gefehlt hat, dann postet das gerne mal unten in die Kommentare. Und jetzt bist du dran. Hier links kannst du den Kanal abonnieren und rechts geht es zum nächsten Video.